nein eine katze eine katze mit ich habe vergessen das wort ist wow 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 ist ja eine richtige dog party ja nur meiner süßer okay deiner sieht richtig ist seine ach der komische fälle da ist die gedrecks köder das ist ein spiegelbild da ist etwas verwechselt glaube ich das ist ein spielgebruch gott springen ich vergessen dann warum ich hier so ein zielkreuz auf mir drauf für target möchte nicht die tage teilen da bist du aber richtig gebaut habe ich der mensch gemacht nein ich weiß ich das aber ach du das war gar nichts erzählen von der mensch und tot aus der typ der gestorben ist erlangt der typ jetzt vielleicht divers also ja auch ziemlich viel diverse in dem match den hätte ich machen können aber ich nicht ich nenne ich nehme ich nehme das ich 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 eine schmildmythe rippsische dann im out lass dir doch mal ein bisschen näher kommen boys nee warum so kann ich nix machen fast alle und er lang schengeln nach koks tarnistan hat ein halbes und mitliegen lassen also ich bin schon mal gut equipt finde ich handwort amulett und sovereignty ist schon mal gute items einfach beide gekauft wer es kann geht voll ich booste voll mein team ich überlege ob serboristin macht auf der mensch zu spielen nicht so wirklich also kann man aber viel also kommt nicht wieder macht ungefähr genauso viel schaden wie wenn man ihn nicht auf dem spiel er hat nicht so richtig er mit schwächkeiten bis auf ob ich eine nahti also die die 1 ja wo er den ball schießt zwei aber viel ist es nicht ist halt einiges an die fenster gegen das da blöd alles solche einiges ach meine ulti war noch nicht fertig aktivieren sie trotzdem habe ich jetzt grüß den schrann an die boys and girls und diverse bitte und diverse schlose raus schlose raus ich warte mal los ich mache ich genug da mache so am leben still live ist mein lifestyle hart am limit das war doch hier ja fickt euch auch fettes riesen überroben wir sind jetzt schon daraus noch ein enemy und erst du deine jetzt du deine ich habe meine gar nicht alle hoffnungen in dich gesetzt enttäuscht nichts erwartet und trotzdem enttäuscht aber da verstehe ich auch mein namen ist halt mein lifestyle dafür stehst du mit deinem namen nicht erwartet und trotzdem enttäuscht das ist dein lifestyle jeder braucht ein talent und das meins nice schmief schütte eigentlich hat sie nur einen schuss darauf gegeben war genau im richtigen zeitpunkt zum richtigen moment halten alles erst mal ein wort setzen damit wir uns nicht in die flanke fallen habe auch mal einige gesetzte einige endlich schon vorne angreifen wenn ich meine das spiel auch verstehen tut ja ja da wird schon wieder groß. Das ist doch doof. Toll. Hat nicht bei einem Einzelnen geklappt, hat das nicht. Mein Gott. Fergal Welting. Erstmal Warden. Okay, Erlonschen hat Bock. Unenemigo asesinato. Unaliado. Mödiu in la batalla. Fick dich doch noch. Fick dich doch noch. Fick dich doch noch mal. Ja, meine Nox. Ja, habe ich die ganze Zeit gesagt. Hast du? Ja. Das war das, was du meintest nie. Nö. Was soll? Meine ich nicht. Na. Habe ich deines auch gemerkt? Nein, nicht nicht. Aber gut, dann halt nicht. Nee, wenn ich auch nicht. Irgendwas muss ich den Ping noch so hoch treiben, das ist doch nicht mehr normal. Aber dafür sind zu konstant. Na, irgendwann. Du war. Immerhin das. Haben wir es alle mal gesagt. Mandarron unenemigo asesinato. Du warst so ein Tod. Ja, okay, wir werden doch noch so ein Spiel angezeigt. Und ich habe mir keine Schuhe kauft. Ärgerlich. Wartet. Ist ja ein Hund, der braucht keine Schuhe. Nein, doch. Aber er braucht vier. Also ja, das Maßanfertigung dann. Mhm. Da müssen die, die Kälte müssen schon rausgucken, ne? Sonst geht das nicht. Mann war so. Mann war so. Und ich hatte ja mal die Marke. Anfänger, wie das ist. Wofé. Oder leb noch. Ich habe ihn vom anderen nicht gerade getötet. Ich bleib da einfach stehen, ist mir eine Scheibe gegangen. Mann, 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 Mann. Mann, 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 Mann.